Ich präsentiere Ihnen zwei Pferde, nämlich die Wyoming und danach einen Andalusia-Helst. Mit der Wyoming zeige ich Ihnen etwas zum Thema Jungpferdeausbildung. Einmal baut man eine Kommunikation auf, die auf Vertrauen und gegenseitig Respekt beruht. Und mit dem Andalusia-Helst zeige ich Ihnen dann, wie das mit einem erwachsenen Pferd weitergeht. Die Wyoming ist das erste Mal mit auf einer Messe. Das ist ja kein Showgirl, wir zeigen auch keine Show-Vorführung, sondern Pferdeausbildung. Zum Stoppen muss ich weder vor das Pferd treten, noch muss ich eine Nummer nehmen. Ich schreibe noch ein bisschen nach meiner Freundin, darf sie haben. So, normalerweise arbeiten wir in einem Viereck, in einem Quadrat. Warum in einem Quadrat? Weil man hier natürlich in einem Rechteck einen Wahn läuft. Es geht ja um schöne, saubere Zirkel. Wir arbeiten normalerweise nicht in einem Logier-Zirkel, in einem Runden. Warum nicht? Weil kein Sportler, kein menschlicher Sportler würde sich zehn Minuten Dauer bieten. Sondern Dehnen entspannen. Dehnen entspannen. Und in einem Viereck haben wir genau diese Sachen. Auch solche, ich nenne es jetzt mal Unarm, wie dieses Zu-Tode-Jäune. Sie kennen das, wenn die Pferde zentrikiert werden und rumgescheucht, bis sie in der Pferd oder zu Menschen kommen. So was machen wir auch nicht. Das würde auch in einem Viereck nicht funktionieren. Denn wenn ich in einem Viereck, egal ob Quadrat oder Rechteck, einen Fehler mache, würde es bei einem Eck stehen. Denn jetzt drehe ich nachher mal kurz. Eines unserer Säulen ist ja der einsatz, der gegenseitige Respekt und das gegenseitige Vertrauen. Behörde der Pferd erst einmal dieses Wort Respekt. Sag ich ja natürlich, Respekt ist wichtig. Sehr wichtig. Aber bitte gegenseitig. Der Gegenseit und Respekt, meine Damen und Herren, ist eine Blindschuld, keine Wohlschuld. Heißt im Klartext, ich sollte meinem Pferd erst einmal dem Respekt entgegenbringen. Den, den ich von ihm erwarte. So, jetzt wärmen wir die Maus mal ein bisschen auf. Zaubermaus. Sie sehen, wie die meine Nähe sucht. Natürlich kann man sagen, ja gerade ist das ein Pferd. Aber glauben Sie mal, meine Damen und Herren, wem hat jeder Pferde als Pferde? Man hat für seine eigenen Pferde am allerwenigsten Zeit. Am allerwenigsten. Aber es zählt nicht die Zeit, die man mit einem Pferd verbringt. Also nicht die Quantität der Zeit, sondern die Qualität. Das heißt, wenn ich meine Pferde als meine Freunde sehe, das ist wie in einer Freundschaft. Ich habe gute Freunde, die sehe ich sehr selten. Aber die Qualität, die wir miteinander haben, die ist enorm. Und schauen Sie mal, wie die schon auf jede kleinste Schwerpunktverlagerung reagiert. Ja? Jetzt wecken wir die Maus mal ein bisschen auf. Super. 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 Wir tackern auch nicht, wir arbeiten bemüdungsfrei, das heißt, wir tackern auch nicht mit irgendwelchen Gegenständen auf unseren Pferden herum. Auch gibt es bei uns keine Phase 4 oder sonstiges. Sie haben gerade gesehen, der Wechsel durch den Zirkel ist grundsätzlich immer dem Menschen zugewendet. Es geht um Zuwendung in seiner reinsten Form. Wir schmeißen Pferde nicht gegen die Außenwand. Nie. Es geht um Zuwendung. Äpfeln darf sie natürlich. Zuhause dürfen meine Pferde erst mit Pferde füllen immer stehen bleiben zum Äpfel. Danach dürfen sie es gerne laufen machen, aber zum Einstimmen. So. Ich nehme da mal ein bisschen Musik rein. Da riechen wir mal. Falsche Galopp, macht nichts. Das Karadino Bein schaltet wieder runter. Alles gut. Nochmal. So und da. Wieder falsche Galopp. Karadino Dein traut sie an. Das zeige ich gleich ein bisschen deutlicher, dass sie es verstehen. Die Knieaktion bringt die an. Noch mehr Knieaktion. Übrigens die Gärte. Die ist unwichtig. Das ist das Sehen. Paradino Bein schaltet die runter. Paradino Bein. Gang führt die an. Paradino Bein schaltet die runter. Und meine Damen und Herren, es geht um Pugelgenau im Gangartwechsel. Wir machen nichts mit Stimmen. So holla. Dass sie so auseiern. Sondern es geht um Kommunikation. Sie sehen auch die Distanz, auf die wir arbeiten können. Wie gesagt, es geht darum, dass sich das Pferd zuwendet. Und jetzt schauen Sie mal hinterher. Wenn sich dieses Pferd zuwendet, was macht ihr? Die biebt sich. Okay? Ja, ja. Es muss was immer gleich machen. So. Was wir nicht gemacht haben, zentrifugiert. Was wir nicht gemacht haben, psychische Dritte soll laufen. Jetzt zeige ich Ihnen mal einen kleinen Fehler. Einen klitzekleinen Fehler. Und zwar in diesem Eck. Erschreckt uns bitte nicht, wenn ihr ein bisschen reinbringt. Ja? Ich mache das natürlich vorsichtig. Ich möchte über den Fehler demonstrieren. Jetzt schaut mal her. Das Pferd läuft hier im Rechteck außen rum. Die hat keinen Grund, in ein Eck zu laufen. Ja? Wer ist in der nächsten Runde? Ganz her. Die will in kein Eck laufen. Die läuft hier, weil meine Schulter gestellt sind. Außen herum läuft in kein Eck. Jetzt achten Sie bitte mal auf diese Ecke. Ich mache einen leichten Schulterfehler. Und ja, ich bin nicht nur nach rechts gestellt, sondern nach links. Was haben wir? Bam! Jetzt stellen Sie den Test im Ballon vor. Jetzt stellen Sie den Test mit einer Lange vor. Was würde passieren? Die würde mich dann ausreißen. Und die Frage habe ich so oft, Herr Neuhauser. Meine Pferde ziehen Sie an der Lange. Sag ich ja, wenn Ihre Schulter falsch gestellt sind. Haben Sie das gerade gesehen? Jetzt stellen Sie den Ballon. Macht es los in diesem Eck. Die will nicht in dieses Eck was suchen. Was sollst du denn da? Nicht, dass Sie sehen, auf was Pferde reagieren. Und das ist unser Anliegen für Pferde dann, Herr Neuhauser. Mal zu erfassen, auf was Pferde alles ansprechen und reagieren, was sie alles sehen. Ich zeige Ihnen mal einen ganz kleinen Ausschnitt aus unserem Fühlungssimilar. Schauen Sie mal, wird das mal die inneren Beine durchgefasst? Ja, kann ich. Mit Blick und Hand. Muss ich da bloß mal schauen, welche Beuten? Das ist ja cool. Jetzt lasse ich Sie hier ganz innen durchgehen, nicht durch die Pylonen. Denn das Pferd soll ja nicht lernen, blöd durch Böhmels zu gehen. Sie sehen also, diese Struktur, die ist für die Menschen da, nicht für das Pferd. Wissen Sie was? Jetzt wollen Sie das bestimmt zu Hause probieren. Da gehen Sie, schauen und deuten, lassen Sie es hier durchgehen. Sehen Sie es? So als mal einer kleinen Fehler. Achten Sie mal bitte auf meine Beine. Sehen Sie, wohin geht es? Ich laufe die vorbei, weil meine Beine gekreuzt sind. Schauen Sie mal her, jetzt mache ich es nochmal richtig. Knie und Fußspitzen voran. Schauen Sie her, da geht die hier durch, wo ich hinschau und hindeute. Wenn ich aber aus Versehen meine Beine kreuze, sehen Sie, wie es die rauszieht. Da kann ich schauen und deuten, was ich will. Also Sie sehen schon, das hier hat nicht das Geringste mit Zirzenzig oder klassischer Konditionierung zu tun, sondern mit wirklicher Körpersprache. Wer von hier den Beitrag gesehen hat, das Geheimnis der Pferdesprache auf ACZDF-Dokokanal, der weiß, dass die Mama von hier der erste ehemals Mitglied im Bundestag ist, der nach Deutschland gekommen ist. Die habe ich auch so mitgebracht. Wir haben auch keine Bömmels, dass die werden durchzugehen. Sondern wir machen auch konzert durch die mittleren Beine mit Ansagen nochmal durch die inneren Beine. Um dann durch die äußeren Beine zurückzugehen. Sehen Sie, wie die sich biegt, wie ihre Beine kurven wird. Das ist hier kein Spiegel, das ist hier Biegen. Pferde brauchen eine Eigenbeine. Jetzt soll sie losgehen durch die inneren Beine. Schauen Sie, ja? Sie muss sich leicht kreuzen, dass sie weiß, dass sie drüber reden, Blick und Hand und sie sehen, wie weit ich weg bin. Und das ist wichtig, auch das ist richtig. Was wir nämlich nun nicht machen, was bei uns sehr verprüngt ist, manipulieren. Ich sehe hier natürlich viele Vorführungen. Da wird das Pferd mitgenommen, dann positioniert sich der Pferd so neben dem Gesicht, ja? Und dann schiebt er mit seiner Füße das Gesicht so weg und die weicht. Entschuldigung, raus. Das ist doch unhöftig. Stellen Sie sich mal vor, dass jemand unterwendet in ihrem Gesicht. Also, Fulgacki, Quatsburg, das geht ja gar nicht. Und wenn das Pferden Fehler macht, ja? Schauen Sie mal her. Wenn ich zu doof bin, geradeaus zu gehen, dann soll sie hier durchgehen. Sehen Sie den Abstand? Super. Und wenn ich zu doof bin, geradeaus zu gehen und mir verweist die Füße, ja? Und die geht außen vorbei. Dann gibt es keine Phasen hier, wo man so eine Seite und so eine rutschliche Pferde macht schnatzen. Dann wird auch nicht mit einem Stick irgendwas verstärkt. Dann wird etwas